Moinsinn, Magas und Maggerin, schön, dass ihr zu einer neuen Woche Mongas eingeschaltet habt. Was eigentlich fast schon der einzige Content auf diesem YouTube-Channel ist, weil wir einfach so verflucht viel aufnehmen in dieser Gruppe, dass da immer so viel entsteht. Schön, dass ihr euch letzte Woche reingezogen habt. Schön, dass ihr wieder zu dieser neuen Woche eingeschaltet habt. Es gibt wie immer Doppelfolgen, Montags, Mittwochs und Freitags. Wow, Brain Lake. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Dankeschön für das ganze Feedback und die Kommentare wieder. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es auch sehr schön, dass mittlerweile sehr viele Leute auch hier zuschauen. Und das stimmt mich sehr, sehr fröhlich. Und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich vielmals von ganzem Herzen bei euch bedanken, dass ihr den YouTube-Channel so annehmt und wir quasi ganz leicht und gediegen, smooth wachsen. Das finde ich sehr schön. Lass es euch gut gehen, Freunde der Sonne. Genießt die Woche mit Among Us. Bis dann. Tschüss. Da war mal einer Fixer. Alter, du hast schneller auf den Port gedrückt als ich. Der liegt genau an der Konsole in der Navigation. Du hast tatsächlich auch sehr lange gebraucht. Ich habe den Vortritt lassen, aber du hast ihn sehr lange gebraucht. Du wolltest mir den Vortritt lassen. Der liegt direkt in der Navigation, aber ich bin mit Zero da reingelaufen. Warte mal. Und keiner von uns war da schon drin. Hat jemand gemerkt, wenn er mit nach rechts gelaufen ist? Achso, Maxi ist natürlich geworden, aber Kalle ist noch gemutet. Und Mike. Ja, ich habe hier gerade... Ray war an den Kabeln in der Mitte. Ja, Kalle war auch Admin. Also, wenn das wirklich Navigation ist, glaube ich, kann das zeitlich schon passieren. Es waren vier Leute in Weapons zu dem Zeitpunkt oder kurz vorher auf jeden Fall. Ich war gerade am Panel und dann wurde reported. Wie viele Leute waren im Admin? Drei. Jay, Kalle und ich. Ich kam erst dazu. Ich habe erst den Download gemacht. Jay, Kalle und ich. Was heißt, es fehlt nur Dizzy? Dizzy hat kein Alibi und Kalle war rechts. Noch. Nein. Aber er war nicht rechts. Ich war auch Admin. Und Sven dürfen wir nicht vergessen. Sven und Christian sind aber zusammengelaufen, ne? Ja, ihr könnt ja zusweit sein. Einer war Navigation. Entschuldigung, ich muss nebenbei essen. Kalle, wer war Navigation? Einer. Ich war im Admin. Also, steht ja kein Name. Wo war denn Dizzy? Ganz vorne am Cockpit. Hatte die Leute, die in Admin waren, Kalle mit aufgezählt? Sorry. Ja, ja, ja. Der Name ist hier schon viermal gefallen. Kalle war auch in der Karte, deswegen wusste er das. Wo war Zep? War Kalle in Admin, oder was? Ich war übrigens in Admin, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Dalu, wer war denn da? Ich finde die Frage schon ganz gut. Wo war denn Zep? Wo war denn Zep? Der Bart hat gar nichts gesagt. Zep Freud. Ich habe noch gar nichts gesagt. What the fuck? Ich war bei Dalu und Sven und Christian sind vorgelaufen zu Navigation. Und ich war hinter denen gerade. Ich bin bei Blätter. Zep kann es nicht gewesen sein. Aber wer war denn der denn noch bei uns? Dizzy und Mike. Der redet auch noch. Mike. Ich stehe Weapons. Mike ist sicher das erste. Ich stehe Weapons. Mike ist es. Mike steht für die Puls. Alter, wieder richtig viele Votes. Chris. Ich habe nicht gewohnt. Alles sus. Ach, sus heißt das, ne? Nein, süß. Das war's für heute. Der Kill kann nicht lange sein, weil die Kamera vor 5 Sekunden noch anbar oder 6. Sepp nehm ich da auch raus. Außer er liegt da schon, ne aber der ist mit Dalu rumgelaufen. Der Kill kann nicht lange sein. Okay. Wait. Dann nehm ich Sepp raus. Wer wurde reported? Christian oder? Ich glaube... Ray wurde reported. Ray wurde reported. Ray wurde reported. Ray wurde reported. I weiß es nicht. Also ich hab nicht drauf gehabt. Ich glaube es war Ray. Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt, weil ich war... Es war ne weiße Leichter. Unschleiß. Ich war ne Zentimeter hinter Christian, unten rechts bei Shields. Ne Zentimeter hinter Christian. Ja, dann ist es auf jeden Fall nicht Christian, der re-poiler wurde, weil die Leiche liegt Kamera. Okay. Aber Jay, wer ist denn da noch da so bei dir? Kannst du nicht sehen, weil es dunkel ist. Wann warst du hinter Christian? Bei Shields. Ja, war das jetzt? Der hat die Shields-Aufgabe... Genau, genau gerade, genau gerade, wirklich genau gerade. Also super instant. Kann es Sepp aber auch nicht gewesen sein. Super instant war das. Weil der stand mit mir bei Atmen. Ich habe keinen vorher leider gesehen. Verdächtige Kalle. Ja, kannst du machen. Ich habe Jay kurz beim Oxygen-Ding noch gesehen. Kurz danach, glaube ich, war es. Davor war noch jemand anderes da, als ich da das schon angemacht habe. Ich weiß noch nicht, ich glaube, es war sogar Chris. Also Chris war noch am Leben, als die Oxygen-Dings-Geschichte an war. Dann ist er weggegangen. Und dann bist du, Jay, da hingekommen. Da stand ich gerade am Müll. Nein, doch, Chris hat mit mir Shields... Christian war Shields und dann bin ich auch Shields runtergegangen und er ist halt weitergegangen. Und dann hast du, kannst du Sepp die ganze Zeit confirmen oder kann es sein, dass er von Atmen rausgewendet ist, zu Shields oben drüber, dann Kill macht und zurückgewendet? Uff. Alter, wir haben ein mega geiler Move, aber innerhalb von drei Sekunden habe ich das nicht. Das schafft er, glaube ich, zeitlich nicht. Das ist auf jeden Fall... Mike, wo warst du denn so? Dann warst du alleine, warst du alleine schon Navigation. Ich bin in Cafeteria, habe ich Sepp als letztes gesehen, glaube ich. Irgendwie kein gutes Gefühl. Dann bin ich nach links gelaufen, dann ging Licht aus und da dachte ich mir, alles klar, da werde ich eine Leiche machen. Jay, hattest du gesehen, dass Oxygen oben rechts ausgemacht wird oder hast du währenddessen einfach Astroids gemacht? Ich habe die Astroids gemacht. Okay. Ich habe halt einfach mal dezent vergessen, mich zu entmuten für die Aufnahme, Leute. Sorry. Ja, moin. Was geht denn? Ah, dieses Aufnahmeding. Jay, du hast gerade gesagt, du hast die Astroids gemacht, das ist eine Lüge, weil ich das kurz bevor Oxygen war gemacht habe und du nicht einmal in der Nähe von den Weapons warst, nur ganz kurz. Christian, Sven ist an mir vorbeigelaufen, da ist ein Lüge von dir. Nee, Kalle stand da wirklich, dass ich vorbeigelaufen bin, was auch so vier, fünf Sekunden. Aber wann hast du was gemacht? Also du hast eben gesagt, dass du es, wann hast du es gemacht? Während des Sauerstoffs. Nein, hast du nicht. Doch. Nein. Hab ich. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Also ich habe Kalle da stehen sehen, das war relativ, also nach O2 erst. Ja genau, ich habe es danach gemacht. Aber danke auf jeden Fall, dass du gedrückt hast, weil ich glaube, ich wäre gerade gestorben. Wer ist denn bei dir, Jay? Ah, noch eine weitere Geschichte. Achso, ne, ich bin zu Kabel gegangen oder so. Ich fühle mich gerade ein bisschen verwunderlich, war mit Dalu, weil er, du meintest, du warst nur Cafeteria, aber warst du da alleine? Aber ich habe dich gefragt, ob du alleine warst, darauf hast du nicht. Also nein, also in der Runde war ich ganz unten am Müll, da hat er es, äh. Da war ich noch mit dabei, wir sind uns über den Weg gelaufen. Ich habe dich auch gesehen tatsächlich. Dann bin ich nach oben gegangen, über Cafeteria nach links, Licht ging aus, ich dachte, ich gucke kurz in die Kamera rein, weil ich dachte, da wird eine Leiche versteckt werden, weil die Kamera kurz vorher an war. Und, äh, ja, da war die Leiche. Aber Dalu, hast du da keinen gesehen, weil der Kill in der Kamera kann fünf Sekunden... Ja, aber ich habe nichts gesehen. Ich habe den Report-Button gedrückt, als ich da reinkam, da war das Licht, da war schon dunkel. Okay, ganz kurz, der Kill eben gerade, da standen in Admin Sepp und Sven, meine ich. Jay hat gesagt, er war bei Shields in der Nähe von, äh, Chris. Nils, du warst du bei Chris. Kalle war bei Weapons, Nils, du warst du? Letzte Runde? Kalle ist immer noch verdächtig und Dizzy auch. Dizzy ist commuted, aber wo warst du denn, Mike? Ich war am Ende, wo der Report kam, Navigation und bin aus Admin hochgelaufen, hab da Kalle bei Weapons gesehen, und hab auch bei Admin noch gesehen, dass die Kamera an ist, deswegen weiß ich das. Wo warst du, Dizzy? Ich war am Mad Bay unten drin. Oh. Wieso? Mad Bay unten? Weil dann, wenn... Ich habe eben gerade, ich habe eben gerade noch geguckt, wie weit das mit dem Dings drin ist hier, sag schnell. Die Reagenzgläser. Ich bin eben mit Jay reingelaufen. Wann? Na, die Runde jetzt. Ich bin eben mit Jay reingelaufen. Ich bin eben mit Jay reingelaufen. Oh. Oh. Hallo, liegt vor Electric Hill. Ich wollte gerade das Licht ausmachen, kam über Mad Bay, da habe ich Nils noch gesehen. Okay. Da bin ich Cafeteria runter, direkt, als das Licht aus war. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ein Self-Report. Sven und ich sind gerade Electric reingegangen und haben gerade... Sekunde. Wo, wo, wo liegt, wo genau? Kurz vor dem Eingang auf der rechten Seite von Electric Hill. Auf der rechten Seite keine Chance. Also, die... Keine Chance. Sepp und ich sind zusammen von links, von, von... Hab ich nicht gesehen, war ich nicht bestätigen. Von Engine sind wir halt... Ich weiß, wir sind auch im Lichtkrieg. Wir sind zusammen, haben Security zusammen getroffen, sind zusammen runtergelaufen und sind in Electric Hill rein. Und da lag noch niemand. Jay ist auch tot. Wo ist die Leiche jetzt? Es kann, es kann, es kann, also, die Leiche ist, wie immer, wie ich eben schon meinte, sie ist rechts neben Electrical, also auf dem Flur, rechts neben Electrical, unter... Also Richtung Storch. Und Dizzy kann es auf jeden Fall gewesen sein, weil ich war dem Camps, er ist von unten gekommen, hat gesehen, dass scheinbar Sepp vor den Camps steht und ist dann nach Reaktor links gegangen, war super schnell damit irgendwas fertig, ist dann nach Mad Bay hochgegangen, runter und da bin ich weitergegangen, da war das Licht aus. Also Dizzy kannst du mich... Also Dizzy ist für mich hochgradig... Oh, hey, 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 hey. Dizzy hätte mich easy in Electric wegmachen können. Wir haben noch zwei Imposter. Ich habe ein kleines Problem. Es sind für mich entweder Sepp und Sven, weil die sich auch schon Admin gedeckt haben, oder Kalle und Dizzy. Aber Kalle schießt gerade gegen Dizzy, was keine Sinn ergeben würde, wenn das die beiden Imposter sind. Also überzeugt mich mal ein bisschen, dass... Jetzt mal ganz kurz, ich bin in Security reingegangen, habe Kalle dort gesehen, weil ich gecheckt habe, wer da drin steht, weil die Kameras an waren. Bin rübergegangen, habe mein 1, 2, 3, 4, 5 Blödsinn gemacht, bin hoch nach Bett, Mad Bay gegangen und habe dort mein Reagenzglas gepickt, was ich die Runde davor übrigens gemacht habe, also angemacht habe und sogar mit Jay sogar da war. Okay, wir müssen voten, wir müssen voten. Das ist Kalle. Das ist Kalle. Ja, weil es geht nicht anders. Okay, dann seid ihr beides und wir haben die Runde verloren, alles klar. Dizzy. Voten. Okay. Ja, GG. Habt ihr gut gemacht. Ob es Dizzy und Mike sind. Ah, verdammt. BATS. Hab's nicht gesagt. Als ob Sven. Das hat mich so verwirrt, Sepp. Hey, Sepp. Ich hatte wahrscheinlich sogar recht, ich hatte so wahrscheinlich sogar recht und er hat Dalu getötet. Sepp, ich habe alle neben Dicke gestorben. Hey, ich? Du weißt, das war mein großes Problem. Das tut der Hand. Nein. Sepp hat die ganze Zeit Sven gedacht. Ich so, hä, es müssen noch zwei Imposter sein. Aber Sepp und Sven schießen auf Kalle. Kalle schießt auf Dizzy. Ich war so los. Ich habe alle um Sepp rum umgebracht. Ich habe Dali gerade neben Sepp umgebracht. Ich habe Chris und Jay umgebracht. Dizzy, Sven, hast du ganz am Anfang Maxi gekillt? Ja. Weil ich habe mich am Anfang gefragt, Alter, Sven ist neben mir gelaufen. Habe ich gerade wirklich nicht gesehen, wie Sven Maxi vor meinen Augen kippt. Sven hat nur Dizzy nicht erwähnt, den er ein paar Mal gesehen hat. Der Schlimme war, Sven hat mich gekillt, eine Sekunde bevor ich den Emergency-Button drücken wollte, weil Dizzy gesagt hat, wir sind zusammen in Mad Bay runtergegangen und er es nicht sehen konnte, weil es ja dunkel war. Doch. Und ich konnte nicht Dizzy verdächtigen. Doch, 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 doch. Ey, also mein Verdacht war ja auch Dizzy am Ende. Ich habe nur Kalle geworfen, weil wir warten mussten und ich irgendwie Angst hatte, dass es irgendwie ein Ausgleich wäre. Ich war halt, mich hat Sepp so verwirrt, weil halt Sven so geschützt hat und beide sofort Selfie-Button drückt. Wir waren halt die ganze Zeit zusammen, das hat Sven einfach unfassbar gut gemacht. Muss ich hier Props an Sven, ich habe nichts mitbekommen. Ja, aber Dizzy hat halt ganz lange nichts gesagt, eine Runde war an der Discussion komplett gemutet und es hat auch kein Problem gemacht, richtig gut. Dizzy hat alles richtig gemacht. Ja, absolut. Alrighty, erste Runde gut überstanden. Auf geht's in die zweite Runde. Was soll ich sagen? Ich war halt einfach mal gemutet am Anfang der anderen Runde. Ich habe das natürlich wieder nicht gecheckt, weil mein Mikrofon aussah. Das Ding ist halt mit, beim Mikrofon wäre das Autos, kann ich trotzdem mit dem Tiefkrieg und so reden. Aber ich höre halt einfach nichts. Also ihr hört dann einfach nichts. Das war wieder eine Spitzenleistung von mir. Also man könnte sagen, sehr erfolgreicher, nicht erfolgreicher, aber sehr erfahrener Streamer. GG, aber wir haben die Runde gewonnen, die letzte. Das war sehr, sehr gut. Das freut mich natürlich. Das freut mich natürlich sehr. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ja, was ist denn die Leiche? Alarm! Dalu kann es nicht gewesen sein. Dalu war die ganze Zeit bei mir. Wow. Zero spielt halt die Runde seines Lebens. Hat er davon. Wo ist denn, wo ist denn eine Zero? Zero liegt direkt in Storage auf der linken Seite zu Elektro. Oh. Also, wer war denn gerade alles am Licht? Also, was mir aufgefallen ist... Mit Ray, Jay und Kalle war ich gerade in Elektrik. Also, was mir aufgefallen ist, als Lights ausgegangen ist, war ich Cafeteria, bin dann direkt zu Lights. Und mir ist in dem Gang, noch vor Electric, also auf der rechten Seite, in diesem schmalen, zu Storage, ist mir Maxi entgegekommen. Der ist nicht zu Lights gegangen. Ja, nope, weil da wahrscheinlich jemand reingerannt ist, dachte ich. Aber, also, ich hatte einen gesehen, der da reingerannt ist, noch. Und die Leiche, also gefühlt war ich der Einzige bei Lights am Anfang, weil ich, glaube ich, alle Schalter bis auf einen umgelegt habe. Also, Maxi, da ist einer reingerannt, kann sich aber nicht daran erinnern, wer das war. Das ist immer das Beste. Den Namen nicht halt. Aber die Farbe. Die Farbe. Du wirst ja wohl irgendwas gesehen haben, weil du musst ja was gesehen haben. Ja, ja, ja. Chris? Ne. Das war nicht der Erste, der da war. Okay, nennen wir einen Namen, Chris. Maxi, schwierig. Also, die Leiche liegt Electric zu Storage. Ich bin übrigens mit Kalle da reingekommen. Nee, in Storage. Anscheinend in Storage. Liegt in Storage. Wo kam, ganz kurze Frage, ganz kurze Frage, es war ja, ja, es war ja in Electric am Ende beim Light, es war ja Jay noch da. Wer war noch da, nochmal? Kalle und Chris. Ja, Kalle und ich. Woher kamt ihr? Kamt ihr von Lower Engine mehr? Ich kam von Storage. Ich kam von Navigation, das Licht ging aus, da sind noch Dalu und noch jemand in Navigation noch reingegangen, die sind also nicht zum Licht gegangen. Richtig. Michael ist von Licht weggerannt, der kam uns im Dunkeln angehen. Das stimmt, Michael ist uns, aber Dalu, du standest direkt neben dem Kill, ne? Die Emotions, oh mein Gott, die sind's. Bin auch weggelaufen. Dalu-Card und Dalu stand direkt neben dem Kill. Ich stand am Benzin, ich hab den Kill noch nicht gesehen. Aber am Benzin, am Benzin müsstest du's doch sehen. Ne. Wieso hast du ein Double Vote kassiert? Ja, von den Impostern, weil irgendeiner meinen Namen gesagt hat und die schießen mit drauf. So besonders bist du jetzt auch nicht. Doch, für mich schon. Kann ich mal ein bisschen den, äh, Flammherd entfachen hier. Natürlich ist Dalu-Card besonders einer der besten Monga-Spieler, die es gibt. Ey, kannst du gar nicht ausdenken, wie gut er ist. Schon ekelhaft. Kannst du halt nischt machen. Dem fällt alles auf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Yes. Okay, easy. Kein Problem. Also würde ich jetzt mal annehmen, dass er Cable zu machen hat. Okay, Madway ist zu. Why? Okay, niemand dead? Puh. I love. Schon wieder jemand tot? Oh, zwei Leute tot. Alter, alle Pete Smiths fast dead, außer Sepp. Ja, ich, also Dalu ist ja auch mein Freund. Er lässt mich am Leben. Ja, Sepp lebt noch, ja. Aber erzähl mal, Maxi. Ja, oben im Reaktorraum. Bei den Zahlen. Wer denn? Jay müsste es gewesen sein. Ja. Okay, Anfang der Runde bin ich mit Mike Richtung, also von Cafeteria an oder Richtung Upper Engine. Und da Mike ja auch schon so getroppt wurde, die beiden M's, hatte ich schon ein bisschen Schiss, hab dann wieder abgebrochen. Bin dann gar nicht Upper Engine wirklich rein oder war nur kurz drin. Und dann gingen die Türen hinter mir zu. Und es wusste ja zu dem Zeitpunkt nur Mike, dass ich da bin. Also so random die Tür zugemacht fand ich ein bisschen komisch. Ähm, und jetzt liegt der Reaktor ein, also Mike war auf jeden Fall Anfang der Runde da. Das stimmt, aber ich wurde die Runde auch schon eingesperrt, wo keiner bei mir war. Ich glaub eher, dass der Imposter random Türen zu macht, um genau das zu erzeugen, dass du jetzt sagst, äh, Mike war eine Nähe. Ja, ich sag ja nur, was ich gesehen hab. Aber wo bist du denn hingegangen danach, Mike? Ne, also ich bin Reaktor ganz am Anfang der Runde gelaufen, hab Simon Sage erstmal gemacht, weil ich da vor die Runde auch schon da stand. Der Sass, der auf mir liegt, ist ja, weil ich weggelaufen bin vom Licht die Runde davor. Was stimmt, weil ich geguckt hab, ob irgendwo jemand totliegt auf der rechten Seite. Weil wenn das Licht ausgeht, meistens ja genau das passiert. Dessi, was hast du, also hast du mit Bad Bay was gemacht oder standst du einfach nur so vor der Tür? Ja, weil, also die Tür war zu und ich hatte die Vermutung, dass da drinnen jemand gestorben ist. Deswegen hatte ich gewartet, bis die Tür aufgeht, ja. War doch jemand nur kurz reingerufen und bist dann wieder rausgerannt. Was hab ich bitte? Achso, dann bist du einfach direkt wieder rausgerannt und dann plötzlich kamst du mir dann wieder hinterher. Ja, genau. Versuchst du dich gerade von mir ein Alibi zu kaufen? Nein, nein, ich hab nur, ich wollte nur gucken. Und ich würde Dalu und Sepp noch ganz kurz safen, die war ziemlich lang in Electric. Ja, wir waren ziemlich lang zusammen. Aber Ray kam von links in Electric dazu, also ja. Oh Leute, ist es zu einfach. Aber Dalu wird immer gevotet. Oh ja. Dann laufen wir mal eine Runde mit, äh... Ja, Mike. Oh ja. Mikkelmaus. Oh fuck. Das wär jetzt was geworden. Es war so klar. Es war so klar. Es war einfach... Es war so klar. Ich hab's provoziert. Ich hab's provoziert. Ich wusste es. Blöde Sau, Alter. Es ist Mike und Maxi. Blöde Drecksau, ey. Ach, Mikkelmaus. I hate you. Aber nur in dem Spiel. Mann ey, jedes Mal, wenn sie... Die Spiele nicht mehr so unfassbar coole im Fosterrunden, weißt du? Und dann macht er die Scheiße. Blöde Sau, ey. Ich wär echt blöde Drecksau. Alter, what the fuck? Ich muss mal ganz kurz was sagen. Maxi ist bei mir grad durch ne Tür gebackt. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Also, das ist... Alles gut. DC ist gestorben, ne? Dalu, hast du gerade Oxygen gemacht? Ja, alleine. Ja, kann ich bestätigen. Der... Wir waren kurz eingesperrt danach. Kann ich bestätigen. Alleine und Ray kann das bestätigen? Ray, also ich hab Oxygen ausgemacht. Ja, ja. Ich bin danach hin... Achso. Ich bin danach die Tür zugegangen und dann war Ray noch mit mir dann im Raum. Und Oxygen oben hat Maxi und Kalle. Also wer von beiden weiß ich jetzt nicht. Ich bin dann weg, weil ich gedacht, so, ich müssen jetzt nicht alles sein. Beide sind die Zeit ja eingetippt. Dalu, warum der Call jetzt? Weil wir nur noch sechs Leute sind und nach dem... Nach dem Alarm wurden die Türen zugemacht, damit wahrscheinlich keiner einen Button drücken kann, um den Cooldown runterzuspielen, um danach einen neuen Alarm auszulösen, um einen Double-Kill zu machen. Ähm... Seb, ganz kurz die Frage. Du warst, oder kamst mir am Ende nochmal irgendwie Cafeteria entgegen. Also du bist nicht Oxygen oben gegangen und dann war der schon fertig. Die anderen kamen mir entgegen, als sie fertig waren. Dann wollte ich noch zum anderen. Hat der Runde Dizzy gesehen? Welch spielt doch oben entgegen, ne? Hat irgendwer die Runde Ray gesehen, außer irgendwo in der Mitte des Graunes? Ja, Kalle, Maxi. Ja. Sie waren nie an dem Oxygen, oder? Kurz an Navigation ist halt, wie gesagt, mit zum Oxygen gerannt, wie er selber gesagt hat. Und er ist halt auch direkt abgehauen. Ich möchte noch wissen, wo Ray vor Navigation war. Zack. Das weißt du doch. Ich war Weapons. Du bist dran vorbeigelaufen. Ich war Wenz und Dalu und Seb ist auch an Vorbeigelaufen, als ich Weapons war. Wenn die das bestätigen könnten, ich kann es nicht bestätigen. Und Mike war nie irgendwo, oder? Also ich kann mal laufig auch sagen, ich war am Anfang der Runde in Admin, hab auch geguckt, da waren ziemlich viele Leute, drei, einmal in Weapons. Ja, und dann? Dann bin ich runtergelaufen in Storage und bin dann wieder Richtung hochrechte Seite. Und hast kein O2 gemacht? Ne, ich war nicht bei O2. Das ist halt zu verdächtig, so True. Bei 14 Sekunden ist halt nicht abgewiesen, also. Wir sind sieben Leute. Ja, aber wir sind sechs Leute. Ne, da waren wir sieben. Du warst beim Licht nicht da und bist weggerannt. Du warst beim O2 nicht da und bist weggerannt. Das ist halt einfach kacke. Oh, nicht mich. Oh nein, Leute. Es gibt keinen Grund auch nicht. Dann ist es wirklich Mike und die Postabloser. Ja, Mike und Maxi bestimmt. Oh Mann. Ja, das ist bestimmt. Nun. Oh, da wird gekämpft. Von der ersten Runde waren wir so sass. Es war so schwer, dieses Spiel noch irgendwie durchzuziehen. Welche Farben hast du denn gesehen? Äh, Chris. Ja, eben. Der erste war doch klar, dass Maxi war. Und dann war es halt irgendwie auf Mike noch der Verdacht. Und dann waren es irgendwie ja beide. Und warum jetzt der Verdacht auf mich so gegangen ist, verstehe ich. Ja, aber im Prinzip einfach. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, Kalle hat den Wort gemacht, weil ihr euch nicht gesehen habt oder so auf der rechten Seite wahrscheinlich. Ja, aber hey, ich hatte, ich hatte, wenn, ich stand, Kalle ist an mir vorbeigelaufen. Dalu und Sepp ist an mir vorbeigelaufen. Beide, also alle drei hätten mich eigentlich proofen können. Aber es hat keiner was gesagt. Ja, es hat keiner was gesagt. Also wir haben ihn ja gesehen, aber wir können ja nicht sagen, yo, wir haben ihn die ganze Zeit gesehen. Also, was sollen wir denn dann sagen? Die Frage war ja, ob man Ray überhaupt mal gesehen hat. Nein, das war überhaupt nicht die Frage, Ray. Die Frage war, was du vor Navigation warst. Ich bin innerlich ein bisschen gestorben, als Maximilian Kildert und Mike dann auch einfach an mir vorbeigelaufen ist. Entschuldigung, Chris. Tut mir leid. Es war auch echt nicht, Ray, die war dabei. Du hast die ganze Zeit den Sass auf dir. Dalu hat es ja rechtlich auch gesagt gehabt. Ich habe unten in Storage an diesem Ding gestanden, wo du genau unten rechts in der Ecke bist. Ich wollte gerade sagen, es ist genau der Punkt, wo du jedes Mal geoket. Ich konnte nur noch ein bisschen weg, das ist ja extensions wie dieser